Hallo, grüß euch. Also, hier ist es wunderschön. Ich verstehe meine eigene Worte fast nicht. Ich bin gerade wieder unterwegs mit meinem Bike. Zwischen Sachlang und Aschau. Und hier an einer der meiner Meinung nach wunderschönsten Stellen, die ich jetzt hier kenne. Ich komme gerade aus meinem, nicht meinem, aber dem geliebten Sachraum. Gut, diese Steine darf man sich ganz vorsichtig bewegen. Und hier ist halt Wasser, Wasser, unheimlich viel Wasser. Ich habe hier in der ganzen Gegend fast noch nie so interessante Steinformationen, Feldformationen gesehen wie hier. Ich mache hier alles freihand. Also das heißt, das ist eine Herausforderung für mich. Wir wollen eigentlich, dass es ein bisschen schwindig wird. Das war es so. Mit dem Blick daher wünsche ich Euch jetzt einen wunderschönen Fahrd. Wiedersehen.